Guten Morgen! Es ist der 3. März, 10 Uhr morgens und das hier wird der März-Vlog. Es war eigentlich nicht geplant, dass ich jetzt jeden Monat so vlogge und ich weiß auch nicht, wie lange ich das machen werde. Wir werden sehen, ob ich jeden Monat vlogge oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe ein Buch gelesen und zwar Lade-Loo sucht seinen Schlaf. Das ist ein Kinderbuch und irgendwie habe ich so Gefallen an Kinderbüchern bekommen, weil sie ist jetzt so unglaublich süß. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, aber im Februar habe ich Hab keine Angst, Kleines Dunkel gelesen und das war auch einfach so ein süßes Buch und das Buch ist auch mega süß, weil das ist ein Lale und dieses Lale heißt Lou und die Lale sind recht vergesslich und es hat vergessen, wo es sein Schlaf hingelegt hat und in diesem Buch sucht es halt dann den Schlaf, damit es einschlafen kann und auch die Zeichnungen sind einfach so süß. Das ist einfach so süß. Und dann habe ich noch ein anderes Buch angefangen und zwar Ancora, die Zeit ist gegen dich von Colin Hardler. Ich bin mittlerweile auf Seite 62 und eigentlich zu diesem Zeitpunkt habe ich mehr Fragen als irgendetwas anderes. Seine Bücher sind irgendwie so, man liest und irgendwie versteht man, was passiert und gleichzeitig so gar nicht. Weil einem einfach so die Informationen fehlen für das, was man gerade liest. Und irgendwie erschafft es auch, dass Szenen, die eigentlich nicht unheimlich sind, unheimlich sind. Also, und eben, ich habe noch nicht wirklich herausgefunden, was in diesem Buch so abgeht, aber es ist interessant. Und dann habe ich noch drei Bücher gekauft. Das erste Buch ist Four Houses of Oxford, bricht die Regeln von Anna Savas. Und Anna Savas hat ja die Keeping-Reihe geschrieben und ich habe Keeping Secrets gelesen und geliebt. Und ich bin so gespannt auf ihr Fantasy-Buch. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, um was es geht. Play the Game or Lose Your Heart. Ich werde den Klappentext auch nicht lesen, weil es ist Anna Savas. Ich muss nicht wissen, um was es geht, um es lesen zu wollen. Und dann ein Buch, das ich eigentlich nicht geplant habe zu kaufen, aber ich will es trotzdem ausprobieren. Und zwar, als wir Tanzen lernten von Nicola Jun, weil ich habe Du neben mir von ihr gelesen. Ich fand es gut, aber ich war nicht so begeistert, wie ich gedacht habe, dass ich es sein würde. Aber erstens mal ist es ein wunderschönes Cover. Und zweitens habe ich das hier drin gelesen und das fand ich mega süß. Und dann habe ich den ersten Satz gelesen. Bücher üben kein Zauber mehr auf mich aus. Ich will wissen, wie das passiert ist. Also ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Und dann das dritte Buch, das ich gekauft habe, ist Blue Soul Nights von Kara Atkin. Und das spielt ja in Südkorea. Und Jade nimmt einen Job als Englischlehrerin in Seoul an und schwert sich ihr Glück nie mehr von jemand anderem abhängig zu machen. Doch dann trifft sie an einem der ersten Tage in Südkorea den Attraktiven. Es tut mir leid, dass ich seinen Namen sehr wahrscheinlich falsch ausspreche. Hyun Joon. Und ja, ich bin mega gespannt auf dieses Buch. Und es gibt auch eine Charakterillustration. Und die ist so schön. Und was ich nicht gewusst habe, die Charakterillustration ist nachher vorne drin. Das war es eigentlich schon. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder was zu sagen habe. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder was zu sagen habe. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Morgen, es ist glaube ich der 6. März, genau 6. März, 11 Uhr morgens und ich habe gestern zwei Bücher gekauft, und zwar zwei Bücher, die ich schon gelesen habe, aber die es jetzt in einer neuen Ausgabe gibt. Und zwar Ophelia Scale, die Sterne werden fallen von Lena Kiefer, der dritte Teil als Taschenbuch. Und ich habe jetzt die ganze Reihe als Hardcover und als Taschenbuch und Taschenbücher ist einfach so süß. Und dann ein Buch, das habe ich glaube ich 2013 oder 2014 gelesen. Und dieses Buch ist irgendwie so, das war so die Vorstufe zu New Adult Romance bei mir, weil das allererste New Adult Romance Buch, das ich je gelesen habe, ist Wait For You von Jennifer Armandrad. Und davor habe ich Bücher gelesen wie Du oder das ganze Leben von Simon Elkeles. Elke, Elkeles. Ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Und ich habe dieses Buch geliebt. Ich habe auch noch die alte Ausgabe. Also das ist jetzt die Neuausgabe und die alte hat so ausgesehen. Also es ist schon interessant, wie sich so die Covertrends im Laufe der Jahre verändert haben, weil das ist jetzt gerade der Trend. Und so haben früher gefühlt alle Young and Alt und New Adult Bücher ausgesehen. Und das ist eben die Ausgabe, die mein 13-Jähriges oder 14-Jähriges, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, gelesen hat. Es ist auch schon richtig vergilbt. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Ja. Ich habe dieses Ding gelesen. Und ich habe gestern in der Jugendbuchabteilung gearbeitet und ich wusste, dass es eine Neuausgabe gibt, aber ich wusste nicht, dass sie jetzt schon rauskommt. Und ich habe da ein bisschen drin rumgeblättert und ohne Witz, ich war wieder 14. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich diese Bücher rereaden würde, also die ganze Reihe. Es gibt ja dann noch Du oder die große Liebe oder Du oder der Rest der Welt. Ich habe so das Gefühl, wenn ich diese Bücher rereaden würde, mein 14-Jähriges, ich würde es lieben. Ich wüsste auch jede einzelne Szene, bei der mein 14-Jähriges, ich ausrasten würde. Weil eben, ich habe gestern ein bisschen rumgeblättert und ich habe so Szenen gelesen, wo ich mir jetzt mit 22 so gedacht habe, okay. Aber ich weiß ganz genau, dass mein 14-Jähriges, ich diese Szene abgöttisch geliebt habe. Das hat sich schon einiges geändert, ne? Alex, Carlos und Luis, das waren einfach so, die drei gehören so zu meinen allerersten Bookboyfriends. Also mein allerallererster Bookboyfriend ist Domenico Di Loreno aus Maya und Domenico. Dann kommt Ash aus Plötzlich Fee. Und dann kommen, glaube ich, schon Alex, Carlos und Luis. Habe ich diese Bücher vor Obsidian gelesen? Waren die drei Bookboyfriends von mir, bevor Damon Black ein Bookboyfriend wurde? Ich glaube schon. Die drei sind seit dem Anfang dabei. Und dann habe ich auch noch in Angora weitergelesen. Ich bin jetzt auf Seite 129. Und bei Colin Hardler ist es irgendwie so, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir Informationen jetzt helfen oder nicht. Weil bei seinen Büchern ist es irgendwie so, ich kapiere nie, was abgibt. Und eben, ich bin jetzt auf Seite 129. Ich habe Informationen gekriegt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mir die helfen oder nicht. Weil für jede Frage, die diese Information beantworten, habe ich drei neue Fragen. Ich habe keinen Plan, was in diesem Buch abgeht. Aber es ist spannend. Und jetzt werde ich mal mein Zimmer aufholen. Und versuche in eine To-Do-List für so die nächsten paar Wochen zu schreiben. Weil kennt ihr das, wenn ihr recht viele Dinge zu tun habt. Und diese Dinge nicht alle jetzt erledigt sein müssen. Aber ihr wollt sie alle jetzt erledigen, damit sie halt erledigt sind. Aber das funktioniert nicht. Weil es halt einfach viel zu viel ist, um das in der Zeit zu machen, in der man sie machen möchte. Und dann stresst man sich selbst, obwohl man sich eigentlich nicht stressen müsste. Weil ja nicht alles jetzt fertig sein muss. Aber man will halt, dass jetzt alles fertig ist. In dieser Situation bin ich gerade. Toll, oder? Richtig. Ich schreibe diese To-Do-Liste und versuche irgendwie, diese To-Do-Liste abzuarbeiten. Ja. Das ist mein Plan. Heute war es sehr schwierig, mich zu konzentrieren. Wenn ich von heute rede, ist es übrigens der 9. März. Weil, ähm... Es war ein Buch da. Damon Black hat es eigentlich sehr gut beschrieben. Not Gaspers, okay? Okay, okay? Weil, oh mein Gott. Es ist so nett. Es sind einfach 800 Seiten. Es sind... Das ist, glaube ich, das dickste Channelful Armstrong-Buch, oder? Es sind einfach 800 Seiten, oh mein Gott. Ich freue mich so auf dieses Buch. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich habe keine Zeit. Weil die To-Do-Liste, über die ich geredet habe, die existiert immer noch. Und der Kingdom of Flash and Fire ist kein Punkt da drauf. Also, es ist schon ein Punkt da drauf, aber ich kann es mir nicht leisten, diesen Punkt als sehr hohe Priorität zu setzen. Aber schon allein nur dieses Ding in den Händen zu halten, okay? Ich schätze euch mal vor, was alles auf 800 Seiten passieren kann. Äh, ja. Okay. Ihr glaubt nicht, wieso ich mich auf dieses Buch machen. Okay. Okay. Machen wir gleich weiter mit dem Fantasy, weil... Von Assassinen und Legenden, die geheime Welt. Zynta, Zynta. Das ist der dritte Teil von sechs Teilen von der Reihe. Und ich glaub nicht, wieso ich mich auf dritten Teilen von der Reihe. Bin vor der 20 Seite. Oh mein Gott. Legenden sind nichts weiter als Geschichten, in denen man die Wahrheit hört. Das wird so geil. Und was ich richtig krass finde, hier sind farbige Illustrationen drin. In der regulären Ausgabe sind farbige Illustrationen drin. Und dann das dritte Buch ist Cards of Love. Das ist der zweite Teil der Cards of Love-Dilogie. Ich hab den ersten Teil noch nicht gelesen, aber es ist Nina Tramontani. Ich liebe ihre Bücher. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Reihe auch lieben werde. Und jetzt kann ich eigentlich alle Nina Tramontani-Fantasy-Bücher in einem Rutsch lesen, weil die City of Elements-Reihe ist beendet. Und die Cards of Love-Reihe ist jetzt auch beendet. Und ich freue mich so auf diese Reihe. Das sind die drei Bücher, die wir heute in Nordgasmus beschert haben. Und dann ist heute noch die Special Edition Box von der Selection-Reihe gekommen. Beacon Book Box. Und diese Bücherbox hat so Special Editions zur Selection-Reihe gemacht. Und unten dran sind halt immer so Illustrationen. Also eigentlich sehen sie wie die regulären englischen Bücher aus. Also auch wie die deutschen. Aber unten dran sind halt so Illustrationen. Und unter dem Schutzumschlag sehen sie auch noch so speziell. So sieht man es. Und ja, die sind heute auch noch angekommen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Vlog besteht bisher einfach nur daraus, ich habe Bücher gekauft. Aber es ist März. Im März und Oktober ist es halt einfach immer so, dass die meisten Bücher rauskommen. Und ich habe auch ein bisschen in Ankora weitergelesen. Ich bin jetzt auf Seite 180. Und ich habe immer noch nicht wirklich einen Plan, was ich euch abgegeben. Aber das ist das Interessante an seinen Büchern. Man hat wirklich keinen Plan, was abgeht. Ich habe jedenfalls keinen Plan, was abgeht. Und ich bin echt gespannt, was es damit auf sich hat. Und ehrlich gesagt bin ich auch gespannt, ob wir es all überleben. Und ja, ich glaube, das wäre es. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder was zu sagen habe. Es ist der 10. März, Viertel nach 8 Uhr abends. Und ich bin gerade ein bisschen aufgekotzt. Weil ich habe erstens mal gerade zum allerersten Mal Teams benutzt. Ich habe es vorher noch nie benutzt. Da war ich schon so, ähm, okay. Ob das funktioniert? Das steht noch in den Sternen. Und was ich da auf Teams gemacht habe. Das war so das Treffen von den Gewinnerinnen von der Kasadim Challenge. Ich war zu tot nervös. Ich hatte diese Teamsitzung, klingt immer so blöd, weil es war keine Sitzung. Es war, es war, es war ein Kaffee, kein Sinn. Und es war so schön. Es war einfach so interessant, Julia Dippel zuzuhören. Einfach auch den anderen zuzuhören. Und es waren auch alle einfach so sympathisch und nett. Und ja, es war, es war toll. Und ja, es ging jetzt zwar zwei Stunden, aber ich hätte locker noch, keine Ahnung, dreimal so lange zuhören können. Weil es war halt echt mega toll. Und ich bin jetzt immer noch so ein bisschen aufgekratzt deswegen. Weil irgendwie ist es auch noch nicht in meinem Kopf angekommen, dass ich das jetzt wirklich durchgezogen habe. Weil ich bin ganz ehrlich, um 18.30 Uhr, ich war kurz davor zu sagen, okay Sarah, du machst das nicht. Du meldest dich da jetzt einfach nicht an. Also irgendwie so bescheuert, dass es jetzt auch klingt, das ist für mich irgendwie auch so ein Erfolgserlebnis. Es ist gerade einfach irgendwie so ein schönes Gefühl. Und eben, ich bin jetzt doch ein bisschen aufgekratzt. Ich versuche jetzt wieder runter zu kommen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder was zu sagen habe. Es ist Montag, der 14. März. Und es ist, glaube ich, 9 Uhr abends oder so. Ich habe gerade an Cora Bell. Ähm. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt. Aber bei Colin Hardlers Büchern blicke ich einfach nie durch. Bis erst und am Ende erklärt. Aber wirklich bis so am Ende. Die letzten 40, 50 Seiten, ich habe nicht durchgeblickt. Ich habe es nicht kapiert. Ich habe dieses Buch gelesen und habe mir die ganze Zeit gedacht, das bedeutet irgendwas. Das hat irgendeine Bedeutung. Aber ich komme nicht drauf. Dann habe ich die letzten 40 Seiten gelesen und alles macht Sinn. Das macht einfach alles Sinn. Und ich saß am Ende mich da und habe mir so gemacht, so, Hölle. Also, falls ihr ein Buch lesen wollt, bei dem man wirklich miträtseln kann und bei dem man vielleicht nicht auf die Antwort kommt. Jedenfalls bin ich nicht auf die Antwort gekommen. Dann kann ich euch wirklich die Bücher von Colin Harder empfehlen, weil es ist so gut. Es ist einfach so gut. Er kann das. Er kann das sehr gut. Und dann konnte ich noch ein Buch mitnehmen. Und zwar High Hopes von Avery. Das ist der erste Teil der Whitestone Hospital Reihe. Und ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich auf dieses Buch freue. Es geht um Laura und Nash. Und sie ist neue Assistenzärztin. Und er ist der junge Stationsarzt der Herzchirurgie. Und mehr weiß ich nicht, weil mehr will ich auch gar nicht wissen. Und ich freue mich so auf dieses Buch. War das schon immer klar, dass Nicole Böhm hier eine Illustration gemacht hat? Und Sarahs Prinz hat geschrieben, humorvoll ergreifend und vollkommen einzigartig. Ich freue mich auf dieses Buch. Ich würde sagen, wir sehen uns irgendwann wieder. Es ist der 15. März. Viertel vor neun Uhr abends. Und ich habe, was wir von Korn lernen können, angefangen. Und ich bin auf Seite 39. Und ich liebe dieses Buch schon wieder. Es ist einfach, Henry und Max sind jetzt schon so dermaßen süß. Auch wenn sie sich doch nicht wirklich oft getroffen haben. Aber die sind jetzt einfach schon so richtig... Auch einfach so schon die ganze Atmosphäre in diesem Buch. Ich weiß nicht, wie Katharina war, ob das hinkriegt. Aber das ist jetzt bei jedem von ihren Büchern. Ich fange an und ich liebe einfach alles. Und Max, er ist Barkeeper. Und auch Henry ist einfach so toll. Und ich liebe dieses Buch schon sehr. Und ich habe im letzten Vlog ja das Bloggerpaket zu diesem Buch ausgepackt. Und ich weiß jetzt, warum dort so viele Zuckertütchen drin waren. Und ja, das Buch ist jetzt schon mega toll. Und ich suche gerade nach der Motivation, um aufzustehen. Weil heute ist noch ein Buch angekommen. Aber um das zu zeigen, muss ich aufstehen. Weil heute ist die Chester Fandom Special Edition zu Flash and Fire angekommen. Und es ist so hübsch. Und hier drin ist auch eine Fanart von Hawk. Und ich weiß nicht, wann es passiert ist. Aber es ist irgendwann passiert und ja. Dieses ganze Regalbrett beherbergt einfach nur From Blood and Ash oder Kingdom of Flash Fire. Hier hinten ist die normale Hardcover-Ausgabe. Man sieht es jetzt gerade gar nicht. Hier ist die Special Edition von Fairyloot. Dann ist die Special Edition von The Bookish Box. Nein, das ist die Special Edition von Fairyloot. Das ist die Special Edition von Illumicrate, glaube ich. Dann ist hier das englische Taschenbuch. Dann ist hier die Special Edition von Chester Fandoms auf Deutsch. Dann ist hier das deutsche Taschenbuch. Hier ist nochmal die Special Edition von The Bookish Box. Einfach von The Kingdom of Flash and Fire. Hier ist die Fairyloot Special Edition. Und dann hier ist das normale Hardcover von The Kingdom of Flash and Fire. Hier ist die reguläre deutsche Ausgabe. Und hier ist die Special Edition von Chester Fandoms. Und hier sind zwei Bücher von The Crown of Gilded Bones. Ich habe siebenmal From Blood and Ash. Fünfmal The Kingdom of Flash and Fire. Und zweimal The Crown of Gilded Bones. Eben. Ich weiß nicht, wann es passiert ist. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es irgendwann passiert ist. Und ja. Ich glaube, das wäre es auch schon wieder. Ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Und ich würde sagen, wir sehen uns irgendwann wieder. Es ist der 17. März. Ich glaube, irgendwie so vier Uhr oder so. Und ich bin gerade am Spazieren, weil ich habe eine Pause gebraucht. Ich bin gerade dabei, ein Video zu schneiden. Das eigentlich schon irgendwie so im Januar hätte online gehen sollen. Und zwar das Read With Me zu Dark Element 6. Es ist auch noch nicht fertig gedreht. Also ich glaube, die letzten 140 Seiten habe ich immer noch nie besprochen. Aber ich habe heute angefangen, es zu schneiden. Und ich bin mit dem vorhandenen Rohmaterial auch schon fast fertig. Ich glaube, ich habe noch anderthalb Stunden oder so. Und ja. Den Rest werde ich irgendwann drehen und schneiden. Und das Ziel ist, dass das noch im März der Fall sein wird. Und ja. Ich habe jetzt gerade einfach eine Pause auf dem Schneiden gebraucht. Und es lief spazieren zu gehen. Weil erstes Mal, ich bin da an der Luft. Und zweitens kommen mir beim Spazieren einfach immer die meisten Ideen zum Schreiben. Und ich hatte jetzt gerade eine Idee. Die hat eigentlich sehr klein angefangen. Also es war nur eine Sache, die mir in den Sinn gekommen ist. Aber diese Sache hat sich in der letzten halben Stunde so weiterentwickelt. Und ja. Ich laufe jetzt noch ein bisschen rum. Dann gehe ich wieder zurück. Und schneide weiter. Es ist der 18. März, 23 Uhr abends. Und ich muss ein bisschen leise sein, weil meine Familie schläft schon. Aber ich konnte heute ein Buch mitnehmen. Right Now von On a Penzel. Das ist der zweite Teil der On Ice-Dilogie. Und ich habe hier hinten gar nie gelesen. Keiner von uns ist perfekt. Wir bestehen alle nur aus Chaos. Sternenstab, wir bestehen aus Sternenstab. Wir sind Sterne. Oh my god. Falls ihr es noch nicht wisst, ich liebe die Bücher von Anne Petzold. Und ihre Bücher sind einfach irgendwie immer so nach Hause kommen. Und einfach so ein warmes, gemütliches Plätzchen an das ich gehen kann. Und ich freue mich so auf Right Now. Genau, weil Argon hat mich ja schon in Right Here kennengelernt. Und ich liebe den Typen jetzt schon. Und ich bin mega gespannt auf Marlee. Und das ist so schön. Oh my god. Und dann ist noch ein Paket angekommen. Und zwar ist es das neue Buch von Inat House und Julie Hex. Und ich darf bei den beiden in der Bloggergruppe sein. Und hier ist das Buch drin. So sieht es aus. Als allererstes sind hier Kratjes Rainbow Edition drin. Dann ist hier so ein kleiner Rose Hill Spiegel drin. Hallo Kamera. Dann ist hier, ich glaube das ist ein Lesezeichen. Jedenfalls ist es eine sehr große Büroklammer mit einem Basketball dran. Ich glaube das braucht man als Lesezeichen, oder? Ich werde das Lesezeichen brauchen. Dann ist hier eine Regenbogenmaske drin. Dann sind hier noch Lesezeichen und Sticker aus anderen Büchern drin. Es wird ein Hörbuch zu Better than a Fake Boyfriend geben. Und hier ist ein Zitat von Better than a Fake Boyfriend drauf. Und dann ist hier natürlich noch das Buch. No Game to Win. Der erste Teil der Rose Hill College Reihe von Julie Hex und Inat House. Und der Beauty Blogger und der Star des Basketballteams. Und in diesem Buch geht es um Eden und Hunter. Und sie landen sozusagen unfreiwillig in einer WG. Und sie lassen sich auf ein Spiel ein, das keiner gewinnen kann. Und fragen sich immer öfter, wie hoch wäre der Preis für einen Sieg. Und da jetzt 11 Uhr abends ist, werde ich schlafen gehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, mein Name ist Katniss Aberdeen und ich komme aus Distrikt 13. Nein, zwölf. Oh, zwölf! Also, es ist der 31. März Irgendwie 3 Uhr Nachmittag oder so. Und ich habe jegliches Zeitgefühl verloren, weil die letzten 7 Tage habe ich krank das Bett gehütet. Deshalb keine Ahnung, wann ich das letzte Mal irgendwas gesagt habe. Und falls ich klinge, als wäre ich noch nicht ganz auf der Höhe. Das liegt daran, dass ich auch noch nicht ganz auf der Höhe bin. Ich glaube, das letzte Mal, als ich mich gemeldet habe, ist gerade ein Buch angekommen. Und dann habe ich Besuch bekommen und zwar von Ilaida. Und wir sind zusammen nach Velaris gefahren, weil sie war noch nie in der Schweiz und irgendwie sie hat gesagt, die Schweiz erinnert sich so an den Nachthof und Basel und Zürich sehen so aus wie Velaris. Deshalb, wir sind nach Velaris gefahren. Es war ein sehr schöner Sonntag und dann kommen die letzten 7 Tage. Es sind in dieser Woche ein paar Bücher angekommen und ich habe auch Bücher gelesen. Es ist nicht die richtige Reihenfolge, weil das erste Buch, das ich jetzt zeige, ist erst heute angekommen. Es sind jetzt einfach die Bücher der letzten 7 Tage. Und zwar Everything We Lost von Jennifer Bright. Das ist der zweite Teil der Love and Trust Reihe. Everything We Had ist der erste Teil. Und hier sind auch die beiden Illustrationen drin und die sind einfach so hübsch. Und eben das ist der zweite Teil. Ich habe den ersten Teil noch nicht gelesen, aber diese Bücher sollen richtig gut sein. Und ich freue mich einfach mega. Und dann das nächste Buch ist Swimming in Light von Deborah Anastasia. Das ist ja der zweite Teil zu Drowning in Stars. Und ich freue mich mega auf Swimming in Light, weil hier ist Teddy die Protagonistin. Und ich fand Teddy in Drowning in Stars schon mega toll. Und ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Dann ist noch Starlight Full of Chances angekommen. Das ist der zweite Teil zu Nice Guy Full of Promise. Ich habe den ersten Teil noch nicht gelesen, aber der erste Teil soll richtig genial und wunderschön sein. Und ich bin schon sehr gespannt auf diese Bücher. Und dann ist eine Special Edition angekommen. Ich glaube es ist von Fairyloot. Und The Iron Sword, das ist der zweite Teil von der Plötzlich Rebell Trilogie. Also dem Spin-Off. Zum Spin-Off von Plötzlich Fae. Entschuldigung. Und eben das ist die Fairyloot Special Edition. Also die sieht eigentlich so aus. Und unter dem Schurzen Schlag hat es wie beim ersten Teil ein Bild. Und das ist Ash. Das ist der Love Interest von Plötzlich Fae. Und Ash war mein allererster Fantasy Book Boyfriend den ich je hatte. Und jetzt habe ich ein Bild von ihr. Und ich bin mir nicht sicher. Aber wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe, ist der zweite Teil von der Plötzlich Rebell-Reihe aus Ash's Sicht geschrieben. Weil es steht hier, I've lived a long life not as long as someone fairy Robin Goodfellow for example is older than me by several hundred years. Ich habe nicht das Gefühl, dass Puck hier über sich selber redet. Ich habe dann auch ein bisschen weiter gelesen und die Dinge, die ich da gelesen habe, kann ich nicht sagen, weil das ist ein Spoiler. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der zweite Teil aus dieser Trilogie aus Ash's Sicht geschrieben. Und wenn das wirklich so ist. Ich weiß, es gibt schon ein Buch aus Ash's Sicht und zwar der vierte Teil der Plötzlich Fae-Reihe. Aber ist das ein Spoiler, wenn ich das sage? Ich sage es nicht. Ich glaube, das ist ein Spoiler. Aber wenn das jetzt wirklich aus Ash's Sicht ist. Mein 14-jähriges Ich wird so was von ausrasten, wenn sie dieses Buch lesen. Ich bin schon sehr gespannt, ob das wirklich alles aus Ash's Sicht ist, weil wow. Und dann ist ein Bildband bei mir angekommen und zwar von Anne-Louise P. Und zwar heißt das Bound Farava. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das ausspricht. Das sind einfach so die Zeichnungen zu dieser Reihe. Und das ist ja... Ich glaube, es ist ein Graphic-Normel. Bin mir nicht ganz sicher. Aber es wurde dieses... Nein, letztes Jahr auch auf Deutsch übersetzt. Und ich liebe diese Geschichte. Und das ist eben jetzt der Bildband dazu. Da sind auch noch ganz viele Bilder drin, die man halt noch nicht gesehen hat und so. Und hier oben steht, dass es am 18. Weil ich glaube, man kann es von Cover ablesen. Da sind auch Bilder drin, die nicht ganz so jung und frei sind. Und ich liebe die zwei, okay? Die zwei sind eben die Protagonisten aus der Reihe. Und ich liebe diese Reihe. Und jetzt habe ich einen ganzen Bildband. Hahaha. Und dann ist noch ein Buch angekommen, auf das ich mich mega freue. Und zwar Fate and Fire von Ivy League. Ich glaube, das ist der erste Teil von einer D-logie oder von einer Reihe. Hier steht jetzt die Nordlichtsaga. Jedenfalls ist es der erste Teil. Und das ist ja das Fantasy-Buch, in dem die Protagonistin auch eine Buchliebhaberin ist. Und der Love-Interest so... Der typische Fantasy-Typ ist. Weil... Überraschung, Überraschung. Es ist ein Fantasy-Buch. Ich weiß nicht. Irgendwie... Ich freue mich so dermaßen auf dieses Buch. Und es soll auch richtig genial sein. Und ich bin schon mega gespannt auf Emma und Mark. Oh ja. Oh ja. Ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Und dann die drei Bücher, die ich gelesen habe. Das erste Buch ist, was wir von Qualen lernen können von Katharina Wolf. In diesem Buch geht es um Henry und Max. Und Henry ist so der schüchterne Nerd. Und er ist schon seit einer Weile in den Barkeeper von seinem Stammlokal so verguckt. Und eines Abends kratzt er halt so seinen ganzen Mut zusammen. Und steckt Max seine Telefonnummer zu. Und dann antwortet er auch tatsächlich. Und so beginnt die ganze Geschichte. Ich hab's einfach geliebt. Irgendwie so die Bücher von Katharina Wolf. Ich fang sie an. Und ich lieb von Seite 1 an einfach alles. Weil ihre Charaktere sind einfach immer so liebeswert. Und Henry und Max... Henry ist so ein Charakter. Je mehr ich von ihm gelesen hab, desto mehr hab ich gedacht, wir haben einiges gemeint. Ich liebe einfach Henry. Er ist einfach so süß. Und auch Max ist einfach... Er ist so eine Mischung aus diesem selbstbewussten Barkeeper. Und trotzdem auch so einem schüchternen Typen und so. Und Max ist auch einfach so wunderbar. Und Henry und Max zusammen ist einfach so dermaßen süß. Und auch so die Entwicklung von ihrer Beziehung. Und ich lieb die zwei einfach. Und einfach die ganze Gruppe... Also die ganze Freundesgruppe von Max ist auch einfach so genial. Und es ist einfach so ein wunderschönes und süßes Buch. Und ich hab einfach alles an diesem Buch geliebt. Und in diesem Buch gibt's auch ne Triggerwarnung. Und falls ihr sie euch durchlesen wollt, schreib ich sie unten in die Infobox. Einfach im Hinterkopf behalten, dass die Triggerwarnung halt das Buch spoilern kann. Aber falls ihr euch durchlesen wollt, sie steht in der Infobox. Und dann das zweite Buch ist No Game To Win von Judy Hex und Ina Taus. Und ich glaube bei diesem Buch habe ich erst gerade vor ein paar Clips gesagt, um was es geht, oder? Ja, es geht um Eden und Hunter. Und es ist der erste Teil der Rose Hill College-Dilogie. Und dementsprechend hat dieses Buch ein Clipfänger. Ich brauch den zweiten Teil, okay? Weil Eden und Hunter sind einfach... Die zwei sind einfach so dermaßen süß. Und die beiden haben auch Spitznamen, also große Namen füreinander. Und zwar Moon Pie und Baby Cakes, okay? Es gibt ne Geschichte hinter diesem Namen. Wenn irgendein anderer Charakter diese Namen benutzen würde, würde ich mir so denken, okay. Aber bei Eden und Hunter passen sie einfach so gut. Also jedes Mal, wenn Eden Hunter Moon Pie genannt hat oder Hunter Eden Baby Cakes, ich fahre so. Und allgemein einfach so der Kontrast zwischen Eden und Hunter. Aber wie sie trotzdem so perfekt zusammengepasst haben und einfach ihre Dynamik. Ich liebe einfach Hunter und Eden. Und auch hier einfach die Freundesgruppe von Eden und von Hunter. Und wie sie so zusammen funktionieren und so. Und wie die Beziehungen sich zwischen Hunter, Eden und allen anderen Charakteren entwickeln und so. Und ich liebe dieses Buch. Und eben das ist der erste Teil von der Dialogation. Und dieses Buch endet mit einem Ende. Ich bin mir nicht mal sicher, wann Band 2 rauskommt. Also Band 2 heißt The Love to Lose. Das ist nicht sehr aufgebaut. Ich hoffe Band 2 kommt bald, weil ich liebe dieses Buch. Und auch dieses Buch hat Triggerwarnungen und ich schreibe die ebenfalls unten in die Infobox. Und eben wie bei, was wir von Quallen lernen können. Es kann für das Buch spoilern, aber falls ihr sie euch durchlesen wollt, sie steht unten in der Infobox. Und dann das letzte Buch ist ein Re-Read und zwar Mitternachtsgedanken von Yara Schmidt. Und ich habe dieses Buch jetzt zweimal, weil es gab nochmal eine Bestellaktion. Und da konnte man es signiert von Yara bestellen. Und natürlich habe ich es dann nochmal bestellt. Und ich habe es gestern auch gleich nochmal gelesen. Und ich weiß nicht, wie es Yara hinkriegt. Ihre Worte machen einfach irgendwas. Und weil es schon eine Weile her ist, lese ich nochmal ein paar vor. Fallen tut weh, weil wir uns in diesem Moment die Knochen brechen doch aufstehen. Schmerzen noch viel mehr. Denn dabei müssen wir lernen, auf den gebrochenen Knochen zu laufen. Das ist einfach... Und dann, das ist eines meiner Lieblingsgedanken hier drin. Dieser eine Mensch ist der Titel. Ich sehe nämlich nach einem Menschen, der mit mir einen Roadtrip jetzt nirgendwo unternimmt, nur um dort mal auf Pause zu drücken. Der mir sagt, wie stolz er auf mich ist, wenn ich mal wieder vergesse, stolz auf mich selbst zu sein. Ich sehe nämlich nach einem Menschen, den ich bedingungslos lieben kann, weil ich weiß, dass er es ebenfalls tut. Jedes Mal, wenn ich das lese, kriege ich Tränen in die Augen, weil es ist einfach so schön. Oder zwei Sekunden. Es gibt keinen schöneren Moment als den Augenblick, in dem ich dich ansehe und du es nicht merkst. Zwei Sekunden, in denen meine Welt still steht und ich nichts mehr spüre außer dich. Oder das hier. Es geht darum, ob man sich die Zukunft manchmal ausmalt. Ich schon male sie gerade in diesem Augenblick aus. Und was siehst du? Dich. Es ist einfach... Oder Zusammensetzung der Sterne. Ich sah all das und dachte daran, wie sehr du es geliebt hättest. Doch das kannst du nicht mehr, denn du bist auf den Tag genau seit zwei Monaten selbst einer von ihnen. Oder so unendlich viele Gründe, dieses Leben zu lieben und du bist einer davon. Oh! Oh! Okay. Ich wünsche mir sekundenlange Augenblicke, die für die Ewigkeit gemacht sind. Oh mein Gott! Lass uns so hoch springen, wie wir können, damit wir die Angst vorm Fallen verlieren. Dieses Buch. Es ist einfach wunderschön und ich liebe jedes einzelne Wort darin. Und ich verlinke euch unten auch Yara's Instagram Account, weil sie macht auch Instagram-Posts mit Mitternachtsgedanken und schaut unbedingt bei ihr vorbei. Und das sind die Bücher der letzten sieben Tage. Das war mein Vlog im März. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr im März so gemacht habt. Und ich hoffe, wie jedes Mal euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!